Da stimme ich nicht zu, weil, das kann ich Ihnen ganz offen sagen, der Arbeitsmarkt funktioniert nur, wenn die deutsche Sprache funktioniert. Und das ist einmal das Um und Auf und wenn ich zuerst die Sprache lerne, dann kann ich noch einmal schauen, ob ich in den Arbeitsmarkt komme. Und Asylwerber, es ist immer die Frage, wie weit ist das Asylverfahren schon fortgeschritten, ist es von Erfolgsaussicht gekrönt, da könnte man auch diskutieren, wenn er einmal deutsch kann, aber die Frage ist eben genau das, ob man das nicht nur missbraucht, sondern sagen, die Leute sind hier integriert, haben einen Arbeitsplatz und jetzt egal, ob er kein Anrecht auf Asyl hat, dann bleibt er da. Und das wäre eine, wie soll man sagen, Unterwanderung der Gesetze für die Zuwanderung. Und ich glaube, wir brauchen eine qualifizierte Zuwanderung und nicht irgendjemand, der nur herkommt, weil es ihm hier vielleicht besser geht.